Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier am Montag, dem 6. März 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1327 und ich hoffe ohne Nieser im Podcast, denn die Pollen sind aggressiv. Heute aber mit Wise, iOS, Revolut, Xiaomi, Petal Ads, iPhone, Welttag und Google Wear OS. Ich starte gleich mit dem ersten Thema. Wise, das ehemalige Transfer Wise, hat einen neuen Anstrich bekommen. Es ist nach wie vor grün, aber ein neues grün. Es ist nach wie vor Wise mit einem Fähnchen, aber ein bisschen ein anderer Schriftzug. Das ist auch schon fast alles. Nie, zwei neue Länder sind dazugekommen. Indien und Israel. Somit deckt Wise über 70 Länder ab mit über 50 unterschiedlichen Währungen, wo du dein Geld einfach und schnell überweisen kannst und vor allem Kosten. effizient und sehr günstig, was das anbelangt. Ich für meinen Teil nutze das sehr gerne, jeweils aber nicht direkt über Wise. Eher seltener, so muss ich sagen. Meistens, wenn ich es nutze, ist es über Neon. Wie das funktioniert, auf daily.tiktok.ch und oder im Podcast für euer Vertrauens findest du eine kleine Blogpost dazu und da ist dann auch der Link drin, wie das eben funktioniert mit Neon in Kombination. Weiter geht es mit einer neuen Funktion, die zurückkehrt, die gar nicht neu ist, sondern eben wieder zurückkehrt in der iOS 16.4, der zweiten Beta-Version. Ja, ich spreche mal was über Betas. Ganz selten, aber manchmal tue ich es, weil ich mich freue. Denn die Apple Buch-App, also die Bücher-App, die bringt die Umblätter-Funktion zurück. Mir gefällt das sehr gut, ich habe sie vermisst und freue mich deshalb, dass sie wieder da ist. Jetzt anscheinend will Revolut, so haben sie selbst verlauten lassen, das erste Mal im Plus geendet. Das erste finanzielle Ergebnis über das letzte Jahr, wo sie im Plus gewirtschaftet haben. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte, denn wie immer so bei Fintech-Geschichten, geht es am Anfang tief in die Roten und geht nachher nach oben, nach einer gewissen Zeit, auch generell bei neuen Firmen. Jetzt soll man aber in den grünen Zahlen sein, in den schwarzen Zahlen. Mein Gott, jetzt ist es geklappt. Das ist daran nicht ganz so zu, ja, wie soll ich sagen, ich habe mir den ein oder anderen Börsen-Podcast in der letzten Woche angehört und da hiess es jeweils ein bisschen was anderes. Ja, sie haben schöne schwarze Zahlen geschrieben, aber die Zahlen, die sie so vorweisen können, sprechen nicht wirklich für das Rote vom Ei, Grüne vom Ei, das Weisse, das Gelbe vom Ei, das war's, genau. Wir werden sehen, wie es weitergeht, ob es eine weitere Finanzierungsrunde geben werden muss und oder wie sich Revolut da zu behaupten hat. Vor allem sollen die Zahlen von den jeweiligen Überweisungen und Konten, die da nicht ganz so koscher sind, relativ sehr hoch sein. Das lässt natürlich wieder Geschichten hervorkommen, die man über andere Firmen hatte, die dann pleite gegangen sind in dem Bereich, im Bereich des Fintechs. Aber ich mag da nichts verschreien, wir werden es sehen, wenn es soweit ist. Xiaomi hat am Mobile World Congress ein neues Ladegerät vorgestellt, das es möglich macht, mit 300 Watt gleichzeitig zu laden. Das heisst, dein iPhone, dein Smartphone, was in etwa 4.000 bis 5.000 mAh Akku hat, das lässt sich damit von 0 auf 100 in 5 Minuten bringen. Mein Gott, was da alles reinkommt, das kann dem Akku nicht gut tun. Auch wenn die Akkuforschung und generell die Akkuentwicklung in den letzten Jahren grosse Wege von sich gemacht hat oder grosse Schritte nach vorne gemacht hat, ist da immer ein bisschen was zu bedenken, weil man schiesst da ja mit deutlich mehr Krachstrom in den Akku, der gleich gross geblieben ist. Auch wenn man das jetzt auf einzelne Zellen verteilt, in den neuen Methoden, was die meisten chinesischen Anbieter hier so bieten, ist das immer noch Physik halt. Strom, Mathematik ist alles begrenzt. Und wir werden sehen in ein paar Jahren, wie sich das auswirken wird. Huawei-Ads gibt es nicht mehr, das heisst neu Paddle-Ads. Und das war es auch schon mit dem Beitrag hierzu. Ne, nicht ganz. Wer mag, darf auf daily.tiktok.ch und oder im Podcatcher seines Vertrauens sich da ein bisschen weiter einlesen. Huawei möchte sich da im Wachstumskapitalmarkt mit dem Rebranding neu positionieren. Gestartet hat das ganze Jahr erst im Jahre 2020. Damals war es noch ein bisschen ein Hin und Her. Jetzt macht so ein Rebranding sicherlich Sinn. Schön sind die Zahlen, die Huawei da vorweisen kann. Aber das lest ihr am besten im Blogpost dazu weiter, wenn es euch dann interessiert. Ein iPhone überlebte eine ganze Woche unter Wasser. Ein iPhone 11 soll es gewesen sein, das eben von einem anderen Menschen zur Rettung geeilt ist und sein Smartphone verloren hat, später wiedergefunden wurde durch einen Taucher, das schlussendlich eben eine Woche da unten verbracht hat. Und interessanterweise konnte der Taucher das iPhone aufstarten, sprich kurz mit Strom versorgen, aufstarten und dann gleich über die Social-Media-Kanäle den unglücklichen Besitzer ausfindig machen, der nachher deutlich glücklicher war. Ich hoffe mal für ihn, er hat sich nicht schon ein neues iPhone gekauft in der Zwischenzeit. Am Freitag war noch der Welttag des Hörens. Da haben verschiedene Firmen Neuigkeiten veröffentlicht oder auf Möglichkeiten hingewiesen, so zum Beispiel Sennheiser mit ihren neuen oder aktuellen Kopfhörern, die einem helfen, etwas in die Richtung zu tun, um ein besseres Hörverständnis hinzubekommen. Aber auch Apple hat verlauten lassen, dass sie mit der Geräusche-App eine sehr, sehr praktische Geschichte auf ihrem Smartphone drauf haben. Genau gesagt, auf dem iPhone. Jetzt wiederum mal. Genau. Zum einen könnt ihr damit die Umgebungsgeräusche anpassen und die Gespräche, eure Gesprächspartner, die vis-à-vis von euch sind, mit dem passenden AirPod Pro Kopfhörer verstärken, sodass ihr eben das hört, was gesprochen wird und das, was rundherum passiert, ein bisschen weniger stark hört. Ihr könnt euch warnen lassen über das iPhone, aber auch über die Apple Watch, wenn ihr zu lange bei zu hoher Geräuschlast in der Umgebung seid und das für die Ohren schädlich ist. Ihr habt da auch Geräuscherkennungen für den HomePod und solche Geschichten oder auch das Telefon, das auf bestimmte Geräusche achten kann und dann dir eine Notification zuschicken kann, wie Alarmsiglare, Türklingel und solche Geschichten. Wer mag, sollte also mal ein bisschen damit rumspielen. Da lässt sich einiges tun. Und zu guter Letzt gibt es noch Neuigkeiten zu Google, genauer gesagt zu Wear OS, dem Betriebssystem für die smarten Uhren, mit dem Google-Ökosystem rumgurken. Da hat Google neue Linien gezogen und die, oder besser gesagt, die ab dem 31. August 2023 eingehalten werden müssen. Das heisst, Apps müssen das Level von Android 11, dem API Level 30, mindestens entsprechen und somit vielfach auch zu einem Update bringen. Was heisst das? Vielfach heisst, man muss dunkle Hintergründe reinmachen, schwarze, um genauer zu sein, um die Uhrzeit besser ablesen zu können. Diese muss auch ständig und immer, ausser bei Push-Notifications, oben am Rand sichtbar sein. Auch sonst gibt es noch ein paar weitere kleine Geschichten, was erlaubt ist und was nicht. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie viele App-Entwickler das ihr Update bringen, denn Google hat gesagt, diejenigen, die das Update nicht auf eben das Level von Android 11, API Level 30 bringen, deren ihre Apps werden einfach nicht mehr angezeigt im jeweiligen Store für die Uhr. Wir werden sehen, wie da das App-Sterben vonstatten geht oder wie es wiederbelebt wird. Ich hoffe mal für zweites, für all diejenigen, die ein Wear OS-Device an ihren Arm tragen. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen wundervollen Start in die neue Woche. Bis bald. Wir hören uns wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.